Ja, acht Minuten später. Bumm, wie geht's? Ich bin gerade zu Hause. Ich bin vor fünf Minuten nach Hause gekommen. So lange brauchst du? Heute war Stau. Freitags. Boah, Freitag heute. Immer. Ja, das stimmt. Ich hab gerade nur noch News gelesen. Was hast du denn gelesen? Äh... Irgendwie Warcraft 1 und 2 neu aufgelegt. Irgendwas mit Apex, dass da übrigens 2 Waffen geliebt wurden. Projekten kann selber. Mhhh... Mhhh... Ich glaube ich muss doch wieder mal GOG installieren. Was willst du installieren? GOG. Good old games. Was ist das? Das ist halt auch so was wie Steam halt nur ältere Spiele. Ich hab jetzt mal... Ja... Ja... Wir haben jetzt halt auch Warcraft 1 und Warcraft 2 in ihrem Sortiment aufgenommen. Hm... Kann ich nicht. Ja, ein Strategiespiel. Okay... Alter... Äh... Mehr kann ich nicht... Also ich zocke jetzt schon viel zu viel. Wir haben gestern 6,5 Stunden gezockt, Alter. Ja... Hier und? Normaler Tag? Ja... Andere hast du recht. Aber irgendwie... Ich war gerade bei YouTube. Ich wollte mir das wie von gestern angucken. Ich hab keinen Ton. Genau. Ach, wir schon live? Ich bin schon live. Mit Ton. Ja... Diesmal... Hab ich äh... Das ist... Hab ich nicht gesehen. Hä? Ja... Hab ich schon einen Ton in der Star Wars Factory? Äh... Brab ich das denn? Brab ich das denn? Ich bin noch in der Küche. Ich hab mir grad einen Joghurt geholt. Ohne Vorwarnung hier. Einfach live. Live is live. Ich bin ja morgen auch noch in der Firma. Mhm... 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 Ich bin aber morgen erst... Mh... Mh... Späten Nachmittag, ne? Ich bin morgen... Hm? Auch noch? Hm? Mh... Ja... Mh... Mh... Wir fahren auch zum Bekannten... Mit meiner Freundin... Mh... 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 gar nicht mehr bürger ich bin doch halt gleich wieder zu leicht ich bin auch so so mann mal die wenige fertig hier interakt ist f-freien das ist das der die die auch f-form und f vielleicht zu verbreiten spieler hier und er hat er wird auch mit entfernt das ist gut er ist kompliziert verstehe ich nicht was auch mit Papier wie immer auf Ewe dort ja schon klar ich weiß was hab ich den versteckten Platten ich hoffe schon so das sollten ja eigentlich die Schrauben rausgerast kommen aber das Laufband hier auch schon mal gemacht bei mir sind überall wieder die Büsche du musst ja gucken die nachwachsen aber ich kann sie nicht aufgeben so fehlt mir ein Laufband jetzt ich liebe dich ich schrei die Worte an die Wand von mir ja leckwürdig ja ich mach oben die Plattform die bloß größer Liga ne Beton ist da musst die bloß holen Container wir müssen eh gucken wie wir das mal ein bisschen schöner bauen irgendwie keine ahnung vielleicht doch nur auf einer Ebene oder mehr Platz lassen aber wir können das ja noch einhausen alles aber eher so dass es begehbbarer ist so die Wege erforscht 120 Schrauben pro Minute ruhig für versteckte Eisenplatte ja ja meinst du Eisenerz oder meinst du Eisenbahn was Eisenerz oder Eisenbahn Eisenplatten ach Platten 120 Schrauben und 132 Schrauben ja nur so bei den 5200 wir brauchen 500 Moduler Rahmen und 550 Motoren so als nächstes ich will die nächste Forschung freischalten eigentlich sprich ich gerade nur dumm rum also hier ja ok mach erst mal unten bisschen größer bevor wir oben machen oder? ja ja kann ich nicht mehr oh das kriege ich nicht 18 Eisen 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 und 24 18 24 und 32 sind 42 42 ich auch wieso sind das denn alle so kack ja nicht zu ärgern halt Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, aber mehr als Kabel geht doch jetzt momentan nicht, oder? Ja, wenn wir jetzt die Dicks freischalten würden langsamer, die Festplatten holen, dann könnten wir auch Sachen erforschen, dass wir zum Beispiel aus Kupfer auch, glaube ich, Stangen machen können, oder so ein Scheiß, irgendwie sowas, was aus Eisen ist. Kann ich mehr. Also ich baue das unten jetzt als zweiten Zweig noch. Und oben, wenn wir das noch breiter machen, dann baue ich da oben quasi komplett für Eisenplatten. Also jetzt kann ich erstmal komplett nach links ziehen, nicht weiter in die Breite oder so. Oder länger. Länger brauchst du ja nicht, ich brauche erstmal Breite. Dann bin ich nochmal zwei, vier Linien, ach ne, da oben nur zwei Linien, ne? Das heißt vier Linien, also insgesamt zwei dazu. Und hier unten brauche ich ja vier. 15, 15. Nicht genügend Freiraum, hä? Bis die Lichter nach und nach. Achso, der Festige ist ein dick. Obachtungsturm. Der Obachtungsturm, der eh nichts bringt. Das soll ja eigentlich viel bessere Übersicht sein, aber ich finde, da ist genauso wenig Übersicht. Das ist das Dummen der Motoren. Über den Wolken. So, Beton ist leer. Leer habe ich nicht. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man. Blieben darunter, verborgen und dann. Würde, was uns los, um wichtig es sei. Ups. Hier hinten kam da glaube ich auch ein, oder? Ohhhh. Ähm, ja. Ich habe hier den ganzen Container voller Kalkstein. Ja, du meinst das mit, dass ich erstmal Dings machen soll? Ja. Vermehr, du hast kein Pflege jetzt. Betonverarbeitung. Ja. Mhm. Mhm. Äh. Profilisation. Lava-Fantäne. Mann. Scheiße. Äh, Lokistik. Ja. Ich habe auch einen zweiten Container angeschlossen. Oder faul laufen. Ist da Kalkstein drinne? Ja. Aber Kabel kommen jetzt ja auch wieder in den, wie du siehst. Die Stadt nutzen zum Beispiel 200 zum Erforschen. Ja. Eigentlich möchte ich heute einkaufen gehen, aber habe ich auch nicht gemacht. Du bist schuld. Du bist schuld. Du bist schuld. Du bist schuld. Ich stehe hier gar nicht rein. Hä? Ja, krass, stark auf dem Boden zu brauchen. Wo sind die? Pfücke,balance und Expedition. Die Steht p 스che, die ist so freaking unklapplen. PFG trzy. Zum Viertel zum dritten Mal, falsch du willst. Ach, da hab ich ja jede Menge getrat So, Rudel haben wir an und Rotores Wir haben 50 Stück im Scheiß Und wir sehen uns beim Hochschbaum Also beim Hochschuss Ah, das ist ja noch ein Lagercontainer, aber irgendwie jetzt so. Jetzt ziehen wir Stangen, Stangen, noch mehr Stangen. Eigentlich bin ich andersherum auch schlauer gewesen, weißt du das? Wie andersherum? Dass die Produkte zu uns kommen und ich... Das können wir ja immer noch machen, wir können ja quasi noch eine Etage machen, wo die zurückkommen oder so. Ja. Und ich hab jetzt hier einen Schrauben musst du ja erst mal kurz selber machen. Irgendwas stagniert hier. Ja, weil ich das eben kurz abgebrochen hab. Ach nee, du lässt hier grad vier Bänder auf eins laufen, deswegen. Ja, ist doch okay. 15, 15, 15, 15. Müsste eigentlich hinhauen. 15, 15, 15. Also das Stalk, das stimmt, aber die Effizienien trotzdem brauchen wir. Ja. Aber die ganzen Bänder auf Bänder, Maschinen sind halt voll gewesen. noch ja das tun wir jetzt mal abarbeiten hier das schafft er nicht abzuarbeiten doch ich habe jetzt hinten geupgradet wo das jetzt die band nach euch auf stufe 2 erhöht der selten ist stufe 2 jetzt laufband das kann auch normal das andere kann auch 60 überlegt das normale aber es kommt von links 60 und rechts rechts 60 und der dann quasi tut beide schnell abarbeiten aber hier kommen ein ja reindröscher aber hier sind 31 von jeder seite die kommen also eigentlich hätte es reichen müssen ich habe gesehen dass die ganzen laufwetter voll sind deswegen maschinenhaut auch jetzt nach 12 11 jetzt langsam alle leer hier er hat das 60 stück gehabt der eine ja ich habe eben gebaut ok und das gleiche mache ich jetzt für schrauben links weil die schrauben und die stangen hier weiterverarbeitet werden müssen an ihr erst mal betrunken ja betrunken dass ich besser kabel hast du hier auch nach gesehen und dann brauchen wir eher verstärkte eisenplatten dafür brauche ich schrauben und platten die platten sind oben kannst ja oben du kannst ja oben parallel das gleiche normal bauen da oben dann können wir zu die erst mal zur kohle gehen noch kohle anschaffen hier ach so was können wir machen wollen wir das jetzt mal die steuerung zu erforscht haben so wieso ich habe es gebaut für was brauchst du die stahlproduktionen die kohle suchen zu können ja wieso wir können auch schon kohle suchen 1000 meter richtung nordost ungefähr dann weil ich alzheimer hab das ist ein kalt stein was ist denn kalt stein was ist denn hier beton kann man daraus nur beton machen ja bis jetzt ja ich habe jetzt nichts anderes gesehen ich habe gerade so viele stangen und so viele schrauben ich mache hier denn eine kupferbahn oder tasche hier ich will mich nicht verändern um dir zu imponieren ich will nicht den ganzen abend Probleme diskutieren aber eines gebe ich zu das was ich will bist du ich will nicht garantieren was ich dich halten kann ich will mit dir was erleben besser gleich als irgendwann und ich gebe offen zu die hier ist die vorschau gut tschüss Ohhhh, wer muss mich denn jetzt an? Hallo, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Sehr schönen guten Tag. Ich schlafe heute Nacht nicht heim, ohne dich, du mich heute nicht zu ruft. Das, was ich will, bist du. Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht heim, ohne dich, du mich heute nicht zu ruft. Das, was ich will, bist du. Das, was ich will, bist du. Das, was ich will, bist du. Sehr geehrte Festgäste, heute ehren wir einen ganz besonderen Menschen hier unter uns. Liebes Gmurz, das Kind, dieses Lied ist nur für dich. Vor vielen Jahren hat sich deine Mutter rausgepresst. Du warst das hässlichste Kind der Station. Oh. Du hast 24 Pfund und hast nur rumgestresst. Dein Vater, der ist ja wieder. Was machst du denn da? Was ist das? Was? Wir hatten Dings, ähm, Kabel. Stahlrohre gibt es jetzt. Aber was, Kabel nochmal? Die Kabel brauchst du aus Treten. Ja, hier sind noch Kabel. Ja, aber da halt Dings komplett reinlaufen lässt. Einfach die Kupferbahn. Dachte ich mir. Kein Strom. Also hier ist noch. Ja. Oh. 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 Das sieht es aus. Deswegen. Deswegen habe ich da hinten noch einen Container zu füßen gesetzt. Wie viel Kabel brauchst du denn? Ja, das ist einfach nur das Kupferbahn hat. Nicht mehr. Da reinlaufen. Weil die soll Platz klauen. Okay, wir können hier auch noch einen zweiten neben setzen. Guck mal, hier, hier. Ach so, der macht doch daraus auch Drähte oder so. Einfach nur Drähte. Dann kannst du da drüben, daneben, das Aufführkabel nehmen. Ja, die Browser brauchen wir hier oben vier wieder. Wir haben keinen Benzin, ja. Bauen wir viele Kabel immer, oder? Mh, manch! Dacht mir halt nur. Erstmal hier wieder. Spruch, spruch, spruch. Wie machst du das denn? Soooo. Eieieiei. 93 verbrauchen wir, 100 haben wir. Und weil du keine Freunde hast, bestell doch noch ne Runde Bier. Und dann den haben wir wieder. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. als Kabel. Kannst du allerdings... Ich hab nicht genug Platz. Aber wie geht jetzt hier Strom her? Kohle. Oder Kohle jetzt? Ne, ich mein strommaspenmäßig, technisch. In den Einkonstrukte hier drüben. Da ist noch leistungfrei. Ich weiß nicht, wie du den Strom hier von Nick geplant hast. Ja, noch gar nicht viel geplant. Wenn du willst, kann ich noch mehr Kabel machen, wenn du willst. Ja, das ist gut. So, fällt sich von mir hin. Jetzt haben wir hier einen Container, fast voll mit Kupferbahnen. Und wo drei Stabe Drähte. Müssen wir nicht halt. Können sich die Kupferbahnen auch ganz schön voll müllen. Kann ich nicht mal mit. Die 200 brauchen wir. Hier sind auch noch Drähte drin. Ja. Nein, du kannst auch rein theoretisch... Du könnt auch die ganze Zeit... Du könnt auch runterfahren, die Produktion. So wie Kupferbaum hier gar nicht mehr. Ja. 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 Ich sag's mal so, lieber haben als nicht haben. Ja. Oh, scheiße. Mit Tars voll. Echt damit. Echt damit. Echt damit. Soll ich mir zwei Kalkstallen mit damit? Ja. Wo ist denn die Schraumproduktion hin? Die habe ich nicht abgerissen. Ich wollte gerade neu bauen. Eigentlich. Weil jetzt habe ich für die kurz einmal Kalk. Ja, alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles so neu hier. Ich verlaufe mich nur die ganze Zeit. Auch nicht. Der Strom habe ich eigentlich gar nicht gehört. Das ist momentan eigentlich trotzdem quer. Ja. Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte halt nichts reinschmeißen. Da, da. Das Wasser gleich wieder zurück. Dann kannst du doch. 45. 90, 180. 180. Kommille studiert, mein Boden ist ein Meer, aus Kumpels und aus Pfand. Wir haben uns wie jeden Samstag die Synapfen verbrannt. Ich schau auf den Bäcker und mir wird Sonnenstrahl. Nicht mal eine Stunde Zeit, bis zum Aspel der Kreisliga. Als Fußballer gescheitert, an der Theke, als da, und wenn das noch so weiter, werd ich Alkoholiker. Als Fußballer gescheitert, doch es ist uns scheiße, kein Geld. Ich bin der Schraub zu viel gebraucht. Ich bin der Schraub zu viel gebraucht. Boah, ich brauch Stahlplatten, Digga. Waaaaaasssss? Oh, ich brauch hier mehr Platz an den Seiten. Oh, scheiße. Wollt ihr Betonplatten, oder? Ja, diese nach links. Nein, das war von mir aus gewesen. Eigentlich weiß ich nicht, wo du bist, weil ich gerade die Eiszeit in Dicks reingucke. Ich lass es glühen hier. Ich lass es glühen. Ich lass es glühen. Gut, was er danach hat, kann erforscht werden. Rein damit. Rad, rad, rad. Jetzt sind die Flüsse weg. Wir haben die Flüsse weg. Wenn die Flüsse weg. Kommt, wenn das Fundament festhalten ist. All I'm dealing with your pocket dimension und have provided an improved seamless effort with increased strength and range. Ich bin der Schraub, doch das ist uns scheißegal. Denn beim Zaufen holen wir doch immer den Pokal. Sollen wir die Kohle hierher fördern, die Kraftwerke hier bauen? Oder wollen wir es bei der Kohlelinie machen? An sich ist das egal, weil wir da nicht mehr ran müssen, oder? Ja, theoretisch ja, aber praktisch brauchen wir die Kohle irgendwann auch für Stahlherstellung. Ach du Scheiße! Dann lass uns lieber Kohle her fördern. Und hier irgendwo in der Nähe das Kraftwerk bauen. Kraftwerke sind aber groß, das weißt du ja. Ne, falls du siehst hier oben, da unten, da. Das ist ein Kraftwerk. Halt! Wie sieht das rolle Ding da? Oje. Ja, wir können das ja hier in der Nähe bauen. Guck, unten am Wasser. Aber das wollte ich nicht. Das mit dir, das geht nie. Nicht mal mit ganz viel Fantasie. Naja, obwohl. Vielleicht mit viel Alkohol. Ich brauche die Endstecker vielleicht. Ich brauche Dräte. Ne, Kabel. Dann wollen wir doch mal sehen, was noch passiert. Oh, 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 oh. Ach, wir können hier doch einfach abquerten, die Bänder sehe ich gerade. Wie das denn? Einfach drüber gucken beim bauen. Wir sind ja auch so blau hervorgehoben. Okay. Ich packe das Zeug mal ins Fahrzeug rein. Falls ich verrecke. Ooooo trata was dazu? Ooooooh. 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 Schon RIGHT, aber ist das Gebeta galgen. Jo, ich denk dich schön, dann könnte doch was gehen. Mit dir und mir Du, ich find dich schön Dann wollen wir doch mal sehen, was noch passiert Du, ich find dich schön Dann könnte noch was gehen, mit dir und mir Du, ich find dich schön Dann wollen wir doch mal sehen, was noch passiert Weg mit der Natur, ich hasse sie Weg mit dir Du, ich trink dich heut Ich bin jetzt halt überbewertet die Natur Alles klar Audi Nicht du, Alexa Hast du eine Gegend? Ja, Alexa, die wollte dir doch nur helfen Das ist eine Hilfe, brauche ich nicht So, LKW ist übrigens auch eine Wackbank Nur so als Info Aber nur langsamer, glaube ich Dafür Dass sie mobil ist Ja, okay Was ja auch eigentlich auch schwarz nicht ist Mit dem Werkbau kannst du dich überall ganz schnell wieder hinbauen Ich bin jetzt ja auch zum Auslösung Ich will nur dich Ich bin ja ein bisschen in Rom, als du dich dabei hast Wir haben ein paar Platten und was war das noch Ich kann nicht mehr Jetzt bin ich halt Und wieder kein Strom mehr Du brauchst da nichts anstiegen, wir sind überlastet. Ich hab nichts angeschlossen. Ach, warte mal, hier hinten... Na toll. Die Dinger laufen ja auch noch mit hier. Flieze Generatoren am Hub. Mein Herz, es schreit nach Liebe. Ich ließ dich viel zu oft allein. Erst heute bin ich stark genug, mir alles zu verzeihen. Uns ist Silber und Gold, hab ich nie gewollt. Ich will nur dich, nur dich allein. Uns ist Silber und Gold, hab ich nie gewollt. Ich will nur eins, nur dich, nur dich allein. Es ist egal, was auch noch. Es ist egal, wie du gehst. Na, Kohle, wo bist du? Uns ist Silber und Gold, hab ich nie gewollt. Ich will nur dich. Nein, nicht mehr. Nein, nicht mehr. Oh, die machen ja die ganze Pettacapur, sehe ich gerade. Ich will nur dich, nur dich allein. Es ist egal, was auch kommt. Es ist egal, wie es weiter geht. Uns ist Silber und Gold, hab ich nie gewollt. Ich will nur dich, nur dich allein. Uns ist Silber und Gold, hab ich nie gewollt. Wie ist es denn auch die Blut an? Was ist denn der Scheiß? Du hast nur dich, nur dich allein. Es ist egal, was auch kommt. Es ist nicht gewollt. Kann ich mal durch Wasser fahren? So ein blödes Schwein. So, also die Kalksachen da, die kannst du gleich machen, wenn du willst. Und schmeißt. Ich brauche nur Strom noch. Oh, das ist halt, wir kaufen Dicken. Der Strom. Ich muss jetzt bloß gleich mal hier... den Weg über den Fluss bauen. Oder sie. Genau, und die Bände müssen geupgradet werden. Meine kleine Chance gibt's noch, die mich weiter offen lässt. Wunder gibt's immer wieder. Ich lieb dich wie die Beste. Du bist ein Wunder, so wie ein Wunder. Ein Wunderbund in meinem Leben. Du bist ein Wunder, so wie ein Wunder. Ein Wunderbund auf meinem Bett. Ich hab versucht. Eieieiei. Doch ich hab es einfach nicht. Weil man ein Wunder, was man erlebt hat. Wer vergisst. Du bist die pure Leidenschaft. Du bist wie für mich bestellt. Du bist in meinem Leben dann. Und jetzt kommt's nicht hoch. Aber jetzt geht's ja auch so anstellen. Du bist ein Wunder, so wie ein Wunder. Ein Wunderbund in meinem Leben. Du bist ein Wunder, so wie ein Wunder. So, ich fahr ohne LKW. Ich hab versucht, dich zu vergessen. Doch ich hab es bei mir. Weil man ein Wunder, was man erlebt hat. Wer vergisst. Du bist ein Wunder, so wie ein Wunder. Du bist ein Wunder, so wie ein Wunder. Du bist ein Wunder, so wie ein Wunder. Und für die Schrauben brauchst du Eisenstangen. Du bist ein Wunder, so wie ein Wunder Oh oh Ich hab versucht, dich zu vergessen Doch ich hab es bei mir Ich hab mein Lapper nicht dabei, das ist wirklich sehr schlau von mir Kohle nochmal Hier ist ein riesengroßer Stein auf dem Kohle vorkommen Keine Ahnung warum Da kann ich kein Dings draufbohren Aber nochmal Kohle oder? So Alter, drei Kohle vorkommen normal Wenn das nicht reichen, muss ich auch nicht Was kommt beim normal raus? Warte Funktion Meine eins Ach man Ich hab natürlich keinen Minator mitgenommen Oh nein Nein Ich hab mich schießen über das Schwein Oh nein Ah, noch einer Auf Was für ich eine Kohle Ja 60 Okay Was ist denn schon dabei? Komm mal, komm mal, komm mal Leck Komm mal, komm mal, komm mal Lecker Komm mal, komm mal, komm mal Lecker Du die Samy meine Apps auf Doch was ist denn schon dabei? Ähm Das war der erste Abend Ihr merkt schon das Desaster Ach darum probier dies heute Mit einem neuen Raster Ich hab nicht vieles getan Ich hab eigentlich nichts getan Ich hab nicht genug Kupferdraht Oh Gott Oh Gott. Ach, echt so viel. Oh, der versteckte Alpenplan. Basti, nicht erschrecken. Das ist gut. Was bist du? Nur du. Welche Uhr? Ja. Das ist das, was auf dem Hirn steht. Das ist der Polizei gestern Essen irgendwie. Also, natürlich nicht. Das ist nicht schlecht. Wir wollen schon wissen, dass es da ist. Okay. Achso, da kommt auch noch was dazu jetzt. Oh, wie ist der Kaffee hier? Ach, da ist mein Gott. Ach, da ist mein Gott. Ich kenne viele Frauen, doch sie hat mich umgehauen. Sie trägt ein schönes rotes Kleid. Und stript nur in der Weihnachtszeit. Sexy, blond und rot verheiß. Ich bin gleich tot hier, wenn ihr scheiß Viecher... ...den roten Teppich roll ich aus. Wenn ich will nur mit dir raus. Das ist witzig. Saufen ist bei mir Pflicht. Mit dir nicht an dich an dich. Ich habe natürlich nichts, um sie zu töten. Das ist ja das Problem. Mit dir bin ich nicht. Das ist kacke. Sie heißt Mary und sie sieht gut aus. Sie ist die Frau vom Santa Claus. Ich werde nochmal die Kupfererzen annehmen. zwei Farbe im und drei zwei. Alright, Peter. Das gibt mir so ein Wasserfall. Ey. Ich geb's auf. Mach taktischer Rückzug. Okay. Was ist da für dich taktischer Rückzug? Ich hau ab und lass dir die Aufgabe. Nee, 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 nee. Darauf haben wir nicht gewettet. Darauf haben wir nicht gewettet. Und steht auf meinen Schlitten. Will nur sie mit ihrem sexy Po-o-o-o. Warum liegt hier denn Stroh-o-o? Saufen ist bei mir Pflicht. Mit mir bin ich gern dicht. Saufen ist bei mir Pflicht. Mit dir bin ich gern dicht. Sie heißt Mary und sie sieht gut aus. Sie ist tief rauf am Santa Claus. Vier Starbahnen. Oh Gott. Schade, dass man die Sachen nicht auch eintauschen kann. Bei Weihnachten hol ich mir das Sanders Ho 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 und nehm sie unterm Baum mit meinem Bro Ho Ho. Diese Weltraumstation ist ja riesig. Ich hab halt nur so ein paar Materialen hochzuschicken weißt du. Bisschen Oversized. I'm coming home, I'm coming home. Das war auch so sicherlich, dass ich zu Fuß schneller bin als mit dem Fahrzeug. Wenn ich mit dem Fahrzeug überhängen bleibe und nicht lang komme und so. Wenn du einfach drüber springst oder drüber schwimmst. So. Mein Lehrer will nicht mehr zur Schule gehen. Urlaub, endlich Urlaub. Und wenn es anders bleibt, wir vorbein verstehen. Urlaub, endlich Urlaub. Und die weißen Bällen schlagen wir. Ach, das weiß gibt es nicht. Und dann klemmen wir uns ein Gegensonnenbrand. Und dann springen wir gemeinsam in die Fluten rein. Blub, blub, blub. Auf bis zu. Kabel. 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 B., Kabel. Hund. Das müssen wir jetzt erforschen. Wir können jetzt suchen, das ist auch Tag 3. Da können wir nicht bessere Strommasten bauen und Sprung stelzen. Denen können dann schneller laufen und höher springen. In der Strombas hat er eine Versorgung für sechs Stromleitungen. Ich will ja kein Strom mehr. Hast du irgendwas eingeschlossen oder so? Ja. Ja, tief. Mal zwölf, mal zwölf. Da hab ich gerade Kleingeneratoren wieder leer. Ich will gucken. Ich weiß noch, wo ich trete. Und hier. Hier. Ich weiß noch nicht, wo ich trete. ribst du da? Ich weiß noch nicht. Vielen Dank. Das habe ich nur noch 10 gehabt. Kleine Generatoren sind wieder leer. Ich muss meine Hände im Auge behalten, weil die... Ich habe keine Staten mehr. Irgendwas geht immer, irgendwas geht immer. Oh, Platten haben wir aber auch schon ganz schön. Platten haben wir auch ganz schön jetzt. Ich habe keine Staten mehr. 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 Wer zuerst hier verliert, hat's jeden Abend skandiert. Aus unserem Temo den Bier. Zwei große Schnaps und sie sagen, komm mit nach Hause zu mir. Die Lieder habe ich nicht dafür gemacht, was ich eigentlich machen würde. Ich habe keine Staten mehr, ich habe keine Staten mehr. Oh, oh. Ich habe dich. Ich habe dich. Ich habe dich. Cordula. Cordula. Du bist so schwer zu verstehen. Cordula. Ich würde dich gern wiedersehen. Cordula. Ich habe dich. 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 Ich habe mich. Ich habe mich eher verändern. Ich habe noch viel daran möglich sein. So, der zweite Steg. Verschrauben. Oh, so 90, 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 90 Boah, die Schaumproduktion könnte ja auch in die Stadt gehen, wenn der Sturmson ist. Boah, was? Die nachfolgende Sendung verzögert sich um ein paar Stunden, okay? Die was? Die nachfolgende Sendung verzögert sich um ein paar Stunden, hab ich gesagt. Was? Irgendwann keine Kohle, oder was? Naja, das war ein Gegner, die hab ich ein bisschen fertig gemacht. Entschuldigung. Achso, knelt er gar nicht. Jetzt hab ich erstmal schnell Biomasse gesammelt. So, ich fahre jetzt Stahlplatten. Dann mach ich die Förderbänder auch schon mal für den, also ich mein jetzt die, für die Produktion, mein ich. Ja. Aber wir müssen auch die ganzen Fließbänder zum Bohren auch noch, ne? Ich bin auch noch zurückgekommen, ich hab keine versteckten Eisplatten mehr gehabt, für die Förderbänder, für die Kohle. Ich bin auch noch nicht mehr deployed. Ja. Das war ja auch schon sehr gut zu. Aber wir müssen uns nicht darauf hin, die Profilmen und die Ereignisse, das ist nur damit neu in den Und dann könnte ich auch anfangen, untersteckte, äh, könnte ich, ähm, schon mal Schrauben anfangen. Ich hab mir so eine Frage gekonnt, das Druckler wird doch nicht schlecht für Biomasse herstellen. Wieso? Da wird sich jedes Mal der Finger ab und klicken muss. Achso, jetzt, aber wenn wir, äh, der Holz... Ja, wenn wir den Kuhladen sind nicht schon was anderes, aber... Das kriegst du doch jetzt in den nächsten paar Sekunden hin. Äh, gib mir fünf Sekunden. Punkt, fertig. Ich brauch halt so ne Nachkampfwaffe. So... Seh ich ja zurückgekommen grad eben. Achso. Unter die Eisenplatten. Also Eisenplatten haben wir genug. Verstärkte. Achso. Hab ich mir grad ein paar gemacht, aber... Ich würde jetzt welche produzieren wollen, aber dafür bräuchte ich Strom nachher. Hm. Sag aber sowas, halt ein paar Kilometer weit weg. Okay, ein Kilometer genau, um genau zu sein, aber... Du musst mit Förderband halt überbrückt werden. Alternativ wäre halt, ich baue das halt da und... dann Strom jetzt hierher. Aber irgendwann müssen wir uns die Kohle halt hierher fördern. Aber irgendwann müssen wir uns die Kohle halt hierher fördern. Okay. Okay. Was ist das Kacke? Und jetzt kannst du auch noch einen Start... Und was ist das denn alles? Beton plus... Kupfer plus... Ach, okay. Was für Beeman meinst du wahrscheinlich mit Beton? Ah, es wird immer kompliziert, ey. Also... To... Was ist der Torhundrad? Das System wir brauchen für die bessere Stromleitungen. Und was bringt uns das? Naja... Keine Ahnung... Spiel... Steel Beam... Genau das mein ich. Ach, also muss ich das einfach gleich nur weiterverarbeiten, oder was geht dann? Naja... Ach so... Hast du denn schon... Hast du schon ein Dings gefunden? Stahl? Nee... Stahl machst du ja selber aus... Kohle und Eisen. Ach so... Du musst beim Schmelzer bestimmt gucken, ne? Hm... Dann brauchst du den zweiten Schmelzer. Wir haben zwei Komponenten eins gemacht. Ach, das haben wir doch gar nicht, ne? Doch... Haben wir. Halbomillen Stahlbauen freigeschalten. Okay, mal gucken... Produktion, ne? Wir haben einen zweiten Miniator. Ich weiß... Was kann der? Ja? Oh, aber Stahl... Das ist ja der Hemdstabber. Ach, der kann denn auch bis zu 120 Ressourcen pro Minute machen. Ach so, und jetzt können die generell nur 60. Also bringt das gar nichts, wenn wir erstmal die Förderbänder machen. Die können ja jetzt schon noch mehr als 60. Die Eisendinger. Das hat irgendwie beides auch wieder Einfluss drauf, keine Ahnung. So weit war ich halt noch nicht. Hey, wie? Also... Aber... Ich hab auch mal gerade angefangen, Stahl herzustellen. Aber hab ich nicht weiter gespielt. Ach, Gießerei heißt das jetzt. Ja. Beton... Okay, wir beschäftige ich mich gleich, wenn ich hier fertig bin. Ich komm jetzt wieder. Warte. Ja. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Ja. Kann ich aufBEcle damit! Danke! Ach,BA kla conference mit Ha Gieß an Inspector Ja. Danke. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nein, 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 ich hab mir was anderes mitgebracht. Da ist ein D-Generator wieder aufgefüllt hier. Sowas ist wichtiger, erst mal versteckte Eisenplatten, ne? Ja. Und Modular Rahmen könnte ich auch noch machen. Die brauchen wir ja auch massenweise. Ich glaube, wir können das Stück bauen lassen. Wenn der erstmal rote und versteckte Eisenplatten, die beiden kann ich nehmen. Ja. Gut. Okay, ich kann jetzt wie schön zwei Scepter bauen. So, Zeno-Basher, her damit. Ich muss jetzt noch um die Eisentattenproduktionen. Machst du noch deinen kurvischen Zeno-Zapper? Die Knacker-Waffe? Ja. Gib mal her hier. Ich brauche dir mal einen besseren. Dann muss ich nicht unnötig da noch einen anderen bohren. Einfach auf den Boden schmeißen. Ja. Aber hier nimmt gleich den Schritt nicht groß. Also Kalk könnten wir verarbeiten, wenn du jetzt Strom ran schaust. Ja, am besten zu den Jungle kommen. Ja, ich bin zu lange. Ich habe zu viel leid. Und wir könnten jetzt auch Schrauben produzieren, wenn du soweit bist. Ja. Wie du merkst... Nee, bin ich nicht. Äh... Ich bin der Kettensäge. Strohbau. Ich kümmere mich jetzt um die Stahlplatten nochmal. Um die einfachen erstmal. Aber ich muss jetzt nochmal ein paar verstärkte Stahlplatten zu Ende bauen. Ja. 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 Oh, ich habe keine Tonne. Hier ist es? Ja. So. Drei Fliegerspiegern! Ein, zwei, drei, vier! Hatten wir es gern. Drei rote Karten und ein Eigentor. Wir schlagen heute unseren alten Rekord. Unser Trainer zückt den ersten Korn. Er schreit nur laut, alle noch vor. Wir sind kreis die Galgen, denn an der Zilke sind wir Helden. Und wir singen unsere Lieder immer und immer wieder. Das hier links ist Beton gewesen, oder? Ja. Warte, was? Ganz links, außen? Ja. Ja. Kannste jetzt früher schon mal vor der Bahn anschließen, da. Bei den zwei Containern unten. Und was umleiten. Ja. Ich hab ja schon mal Stromkabel soweit verlegen. Ich muss nicht die... ...den Glaubstromkreis verfinden. ... verwandeln. Räufig. Räufig. Uhhh, amit. Ach, diese Müdigkeit. Ich bin auf der Suche nach 100 Prozent, man ist sinnvoll richtig, man macht seinen Sinn. Ich habe so ein paar Schnitten, wäre auch nicht schlecht. So habe ich es nie gefunden, alles passt perfekt und super, weil endlich alles stammt. So, die war schon Sturmbast 2, kann man die auch einfach upgraden denn? Weiß ich nicht, ich habe die noch nicht gehabt wie gesagt. Das wäre für mich auch Neuland. Wenn es da ist, hätte ich feiern. Ich weiß, da ist noch mehr. Es liegt noch so viel vor mir. Ich lauf noch hinterher, bis jetzt fühl ich nur die Hälfte. Von allem was geht, ich muss noch weiter suchen, weil immer noch was wird. Ich weiß nicht. Welche Hälfte haben wir so scheiße gebildet? Ich weiß nicht, wo du bist oder wo du wohnst. Ich bin wieder bei der Kohle angekommen. 7 11 13 10 30 20 30 30 Ich guck's dir. Wieso, das kann dein Kupfer einer toll sein. Ist der Baumeister. Ich nenne dich auch Bob. Was ist die Bob? Warte, jetzt bin ich zurück mit so'n scheiß Prügel, da sind die Gegner weg. Das ist der Baumeister. Ok, Ende. Und alle hofen, wir wollen wir. Die Mädels laufen hier am Strand. Ich quäb sie ein. Sonnenbrand. Beim Feiern fällt mir eines ein. Ich will jetzt auf meine Sein. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Und die Leichtigkeit des Seins. Ich will zu teuer, jetzt gibt's nicht. Ich will zu teuer, jetzt gibt's nicht. Na lala, na lala, na lala Leichtigkeit. Na lala, na lala Leichtigkeit des Seins. Leben wie ein Millionär. Fällt mir überhaupt nicht schwer. Doch mein Glas ist wieder her. Weißt du was? Ich hab A. Was ist anders? Ich will nur partieren, kein zurück. So ist es bald, ne? Das ist echt schön. So auf meine Sein. Die Mädels aufbrennt hier am Sand. Ich quäb sie ein. Sonnenbrand. Beim Feiern fällt mir eines ein. Ich will jetzt auf meine Sein. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Und die Leichtigkeit des Seins. Deine Freundin singt für mich. La lala Leichtigkeit des Seins. La lala, la lala Leichtigkeit des Seins. Oho. Was. Oho. Was. Oho. Was. Oh, oh, Lichtsichts! Oh, oh, macht nichts! Ich hab auch seine Stromleitung angeschlossen ans Hauptsnetz. Ich hab seine Färderwärter gemischt. Ach da. Oh Gott, wie komm ich jetzt bitte schon zurück hier? Ich hab seine Färderwärter gemischt. Fünfzig, fünfzig, fünfzig. Höh? Hä? Was war das? 30? Brauche ich denn? 30 sieht ja aus. Das ist der weiße Körper. Ich bin jetzt gerade bei dem Wasserfall angekommen. Jetzt wirst du fragen, welcher Wasserfall? Ich würd sagen, genau der. Das ist eigentlich auch nicht, ich weiß, wo ich bin. Alter, Alter. Alter, guck mal, hier voll die Schwankungen im Netz. Das war eng, welche Maschinen mal kurzzeitig arbeiten und dann Pausen machen. Dann guck doch mal, welche das sind und dann reduzieren. Ne? Ich schätze mal, das sind die Minen, Digga. Ja, alles. Die Förder dann komplett sind mittlerweile. Ich könnte ja auch eine Mine raus, weil das Fütter würde ja reichen für... Ne, das sind die Minen. Ja, die hast du schon abgegradet, alle. Meins, die Köderbänder. Ja. Äh, Eis erst pro Minute. 120. Ne, die Eis haben mir von Anfang an schon zu viel gegeben, was halt so ne pure Dings ist. Mal vergessen. Ja, das sind die Schwankungen, Digga. Das sind die Schwankungen. Ich bin gerade in irgendeine Höhle reingerannt, eigentlich. Wir haben uns total ablenken lassen hier. Nur weil ich irgendwie Speckpülze gesehen habe, weil ich keine Ahnung, was sie machen haben. So, das ist wieder... Und der Schnecke. Oh, das wird auch auf sein. Ich bin gerade noch weggelebt. Mann, irgendwie Dramat. Aber auch da. Ach, die hast du schon alle geupgradet. Die Bänder. Wir haben noch nicht. Wollen Sie sehen, ob die geupgradet sind? Wenn ich sie abreißen würde, steht dann da 2 unten. Aua, genau, aber sie ist auch nicht, ehrlich gesagt. Wo war jetzt hier der Ausgang? Basti, Hilfe. Ich bin lost. Ich bin lost. Ich bin lost. Was können wir aus Kupfer alles machen? Kabel und Draht, ne? Ja, und wir brauchen sie jetzt für noch etwas. Irgendwas bräuchte ich noch mal Träte. Von denen man zwei Sachen, Items, überbauen kann. Und was davon? Also berechnen ich nur Kupfer oder Draht? Ich glaube es war Draht, bin mir jetzt noch nicht sicher. Müsstest du mal an der Werkbank gucken, weil ich bin grad... Kann man sich an der Werkbank gucken? Ja, also ich könnte an der Werkbank ja alle Sachen bauen. Ja, und ich bin hier wohlgekommen. Praktisch auch. Freiheit! Wir haben's. Oh mein Gott. Tobodraht. Brauch was? Ja, der Starter war auf Kupfer allerdings. Aber Kabel brauchen wir nur für Kabel. Ja, bis jetzt. Ah, ist jetzt alles noch. Die Kupferproduktion lasse ich erstmal so. Die optimiere ich mal noch. So, wir haben jetzt die Stromleitung vergessen. So, wir haben jetzt die Entour. Es ist nicht ein Tag für die Arbeit. Es ist ein Tag für ein Tag für ein Tag. Es ist ein Tag für die Arbeit. Nächte, wieder mit der Wasser auf dem Schauen. Der will ich Sie noch mal. Das war am Ende. Dieанam diagnosis. Die Tochter sindsame die Pfeiffer. Die Duwissen ist das alles. All das sie will. Das war am Ende. Die Nächte, Mai. Das war am Ende. Die Zwissen ist das alles. Ich weiß eh gesagt nicht ob ich jetzt auch mal hoch musste, sieht so aus. Ich weiß es nicht, ob ich es nicht so aus. Ich weiß es nicht so aus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier's what I do, I play loose Not like we have a date with destiny It's just a little crunch Not like I faint every time we tell our world It's just some little thing Not like everything I'll do Depends on you 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 It's raising my adrenaline You're banging on a heart of 10 Please don't make too much of it, baby You say it's a word forevermore You can take a few ice plates and put a little bit on the sea That's really bad Ice plates? Yeah, ice plates, normal Get a man I used to say that a lot That's not like we have a day with destiny So, you're lying I don't know Shit I don't need a time You're like everything we tell Since we have a chance Just a little fun And then I look at everything Everything we do Take time And then You're lying Oh It's just a little Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wie viel brauchst du denn Platten? Ich bringe einfach ne Länge mit. Was sehe ich? Tausend oder so. Na ganz so weit eigentlich. Einen Stang? Oh ne, das ist ja sowieso. Ja genau so. Aber da habe ich jetzt nicht so ganz so viel mit. Und Beton? Das ist hoch, genau so viel. So viel Beton haben wir ne? Ich glaube nur zwei Stapel. Sooo. Wie weit bist du denn weg? Nau zu sehen. Eeres ist nicht so gut. Kommt. Ah, das ist schon so cool. Ach du Scheiße. Und das ist jetzt für was? Für den LKW? Für die Kohle. Für das Förderband oder was? Ja. Wenn mir das besser aussieht, meinst du? Ne, ich würde dich über den See rüberkommen. Was soll? Kannst du hinten ja weiterbauen. Das Förderband. Ach, das Förderband. Aber ich habe noch nichts gebaut. Hast du eine Werkband? Hast du auch längst dabei, oder nicht? Platten und Stangen und sowas. Werk brauchst du ja nicht. Ach, machst du ein normales Förderband, oder? Ja. Dafür halt zwei nebeneinander, weil... Es geht halt einfach nicht. Ach, da sind ja zwei Kohle. Digga, aber... Hast du auch nicht? Geh fertig. Nee. 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 Was ist denn? Wieso geht doch? Was hast du geblieben? Ja, mit den Blauen gegeneinander bauen ist ein bisschen... Macht er nicht. Musst ein bisschen versetzt machen oder so. Ich habe heute überhaupt kein Material mehr. Ich guck jetzt nur noch Style. Ich habe jetzt den Jungen geblieben. Fertig ist einfach so toll. und warum kommen wir noch keine kohle? weil die doch keinen strom haben weil die wollen halt auch strom haben und sie arbeiten ich glaube ich einfach Betonfall in den Wasser reingeschrampft hätte der da einfacher gewesen dass ich nie gestapelt hätte und darauf ist voll der Wahnsinn voll der Bug ey, dass das durchsteht, dass ich denke Ah, strommelt sich überlastet, wie kommt? Hast du ein paar Upline genommen oder? Nö Ich weiß, dass wir es noch 82 haben, maximal 500 oder nicht? Ah, okay So was parmodelt nicht scheiß Ding 4 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 14 14 15 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 16 16 Ah, das ist ne grüne Schnecke. Nicht gelbe. Ja, ich hab's aus bei dir. So, Alter. Man, ich bin am Arsch, da bist du ne Scheiß-Fix-Gesetz. Ja, ich bin am Arsch. 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 Das ist schön aber selten. Oh scheiße! Was? Was? Rede mit mir! Rede mit mir! Ich hab das Föder an den Fall schon weit gebaut. Ich hab das Föder an den Föder an den Föder an. Ich hab das Föder an den Föder an den Föder an den Föder an. Ich hab das Föder an den Föder an. Ich hab das Föder an den Föder an den Föder an den Föder an. Könnt ihr offen über Essen zu reden? Ja, Poga! Das ist richtig ein Kollegial von euch! Ja, Poga! Ach, baust du die Dings hier? Die Oberführungen? Ja, da steht Staphybar! Na, kann sich einander bauen! Warte, 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 warte! Das ist doch nur... ... noch am zweiten Pferde was oben draufsetzen! Wirst du? Dann ist das noch ein Pferdeband da dran schließen! Ich konnte es nicht sehen, da... So! Ich hätte gar nicht mehr dran gedacht, dass das geht! Was kosten die da nochmal? Kosten auch zwei Blatt, zwei Beton! Ich habe eine Bühne! Oh! Tut kurz! Ich mach schon! Ja! Alles gut! Du musst nur die Oberkante machen! Du musst halt warten, bis du an deinen ersten gesetzt hast! ... ... ... ... ... ... Was ist los? Das ist schon wieder zu lang. Oh, wieder zu lang. Ja, irgendwo müssen wir hier auch Kohle jetzt machen. Das kann ich verarbeiten oder so. Ich stehe da oben schon da. Die Kraftwerke. Vielleicht nur, was jetzt Kohle ankommt. Eigentlich müssten die hinten Strom haben und müssten den schon fördern. Hast du die anderen Sachen auch schon abgerissen? Das machst du erst, wenn du fix bist, ne? Ja, erst, wenn die Kohlekraft hergelaufen ist. Wie viel brauchen die denn? Weiß ich nicht, steht leider nicht da. Ich weiß nur, es wirkt ein bisschen chaotisch hier. Wir sind heute anstandslos, ja. Lass uns heute einfach... Okay, okay. Schlecker ist auch fast fertig. Ah, stimmt. Ach, der Starthor braucht jetzt gerade. Was weiß ich, wo du hier die Kohle in oder was? Ich glaube, irgendwie ist das zu doof. Was willst du hier hinbauen? Was ist das hier? Eisenerz. Das ist einfach hier genau davor. Hier Fundamente hin. Machst du hier auf dem Container drauf. Äh, der ist nicht. Bist du eng? Irgendwas ein ideenbarer Begriff ist, weißt du doch. Ich hab schon gehört. Ich nicht. Halt die Deadline ein, so ist fein. Hol die Ellenbogen raus, bürdig aus. 24, 7, 8 bis 8. Was geht ab? Machst du schlapp? What the fuck? Oh, da kommt die Kohle schon. Also schon ist gut. Der Bonuscheck ist schon weg. Fleißig, Überstunden, ganz normal. Unbezahlt, scheißegal, keine Wahl. Lass dich hoch. Lass dich fest, dich schleim nicht hoch. Lass dich fest, dich schleim nicht hoch. Lass dich boxt, dich schlaf nicht hoch. Lass dich hoch, komm steigern den Profit. Lass dich hoch, sonst wirst du ausgesieht. Lass dich hoch, mach dich beim Chef beliebt. Lass dich hoch, auch wenn es dich hoch ist. Also Richtung Weltraumstation, können wir noch Kohlekraftwerke erweitern. Ja. Sooo. Jetzt hätte es so eine Profesorisch gewesen, wenn wir überhaupt die Strom haben. Lass dich hoch. Lass dich hoch. Lass dich hoch. Lass dich hoch, ja. Lass dich feast, schlauERER-acht. Lass dich hast, dich schleim nicht hoch. Anh dich bovs, dich schlafdich hoch, ja. Lass dich hoch, ja. So, das kostet mir ja auch. sonst wärst du ausgesieht oh, mach dich beim Chef Melit was sind wir denn davor? oh, auch wenn es dich verbiet oh, komm steigern den Profit oh, sonst wärst du ausgesieht oh, mach dich beim Chef Melit so, warte mal, warte gleich mal ach so ja, genau, genau das was wir machen Du brauchst Konkurrenz, keine Fans Do your fucking job till the end Nimm dir ein Beispiel an Donald Trump Was ist los, reiß dich zusammen, pack mit an Deinen Einsatz liebst du dir da oben gern Sieht auch ein bisschen komisch aus hier Ja, tut leid Sind wir drin? Sind wir drin? Ich bin echt gespannt wie viel die fördern, oder wie viel Ähm, hast du noch? Ach nee, ist schon für der Panelle Das war ok Kann ich ja oben die Stahl-Eisen-Platten-Produktion schneller machen Also guck mal, was die hier überhaupt produzieren Strom Nö oder nicht 50 Megawatt Wieviel brauchst du? Wieviel brauchst du? 40 Megawatt Nö Äh, ein Code alle 5,4 Sekunden Ich glaube ja, reiche ich 50 Megawatt 50 Megawatt Äh, ne, 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 ne 12 Kohle ungefähr In 60 Sekunden In 60 Sekunden Genau Wird sicher auch unser Container gleich filmen Sehr gut, gut, wir haben ja genug Kapazität, ist das schon am Netz eigentlich? Was? Die ganze Scheiße? Ja, ne? Ne Ist er nicht? Also die, 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 äh, Kohlekraftwerke, ja Okay Aber ich hab ja hinten ja nix abgekappt, gehabt So, Eisenplatten brauchen wir Das geht vor Da ist noch ein paar andere Leitungen, okay 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 So, und Beton ist angeschlossen Beobachte das mal Weil ich kann nicht, dass da irgendwas nicht hinhaut Also Kannst du Aber hinten kommt Beton raus Das sieht schon mal gut aus Dann geh ich jetzt auf verstärkte Eisenplattenproduktion Aber ich muss irgendwie oben die Platten runter bekommen Quasi Oder die Schrauben nach oben Oder die Platten nach oben Das ist ja egal Ist ja Ist ja Ist ja Schrauben haben wir da schon Oben haben wir Platten Ja Wie gesagt Da geh immer noch die Schrauben nach oben Oder die Platten nach unten Ist ja Achso ja Ist egal Wie gesagt Wie gesagt Wie gesagt Ich kann mal ein paar Schrauben wieder herstellen hier Ist das ja auch Ist das denn Schrauben Oder was ist das Was ist das Weitere Schrauben Ja Das ist Schraubenproduktion Ich habe alles schon vorgefertigt Das einzige was mir noch angepasst wäre Der muss Der muss also Also Nur noch Eisenherz da rein fließen Die wird nur noch Eisenherz da rein fließen Ist der eigentlich voll? Ja Voll Hier von dem hier wird er verteilt gleich Wollen wir's machen? Hast du es angeschlossen schon? Ne Ne noch nicht Achso 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 Ich war gerade oben bei. Da sind vor uns zwei Bären noch, zumindest. Da sind die auch schlimm da eins. Das ist auch erforscht. Also können wir wieder einmal auf sehen, Sie bekommen ein bisschen mehr. Aber ich will nicht, Sie können aber noch nicht mehrnehmen. Nur viel für die Hände. Ohne diee. Da sind wir jetzt vor uns bei großen Bege! Nein, das ist hier zwei Bären. Ja, das hat Sie danach gehört. Ja, das ist es heute noch managed. Nein, da sind wir hier。 Ja, da sind wir jetzt mal nach unten. Und jetzt kommt es nach oben. Ja, ich weiß nicht, dass ich es nicht so gut bin, aber ich weiß nicht, dass ich es nicht so gut bin. Das war's für heute. Hier sind wir hier vorne, bei den Bürgermeister 2, auf der rechten Seite. Hörst du, wie der Chardonnay ist? Ach, Hüller! Was sind Sie? Hier, 200 Meter links rein. Hier ist er bei dem Altbrochenblock da. Hier ist es halt. Der Altbrochen ist auch zu rechts. Da links. Super. So, при ca. Hier befindet sich der Teichung. Hier befindet sich der Teichung. und tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert so geht er so ordentlich eine Rampe hochgebaut ich glaub die Eisblattproduktion ist immer noch zu wenig ja, ich sag noch nicht fennig ja, für alle welche wenn du so guckst die wir immer noch realien brauchen das ist unmenschlich das ist immer so was so, F70 links herstellen und nachher in der Show müssen machst du es selbst so aufgefühlt hab ich dich nie gesehen du liegst neben mir und ich schäme mich fast dabei das kommt ja wie so ihr klären massiv ne s Alles war so vertraut und jetzt ist alles neu, jetzt ist alles neu. Tausendmal berührt, tausendmal ist nix passiert. Tausendmal eine Nacht und es hat so gemacht. Tausendmal berührt, tausendmal ist nix passiert. Tausendmal eine Nacht und es hat so gemacht. Tausendmal berührt, tausendmal berührt, tausendmal ist nix passiert. Tausendmal eine Nacht und es hat so gemacht. Meine Frau, ich hab mich nicht gesagt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Boah, ist ja kurz noch zu Ende denn. Wo war eigentlich genug Sturm, Digga? Die Sturm. Oh, Digga, ich bin nicht, ich hab nur schwere Knochen. Du bist Dig. Du sollst die Fünfe heute mal aufmachen. Die Fikon auch. Und was gibt's? Nee, gibt's nicht. Ich wollte was sagen. Christian, ich glaub, da musst du leider erst mal aufweichen. Ja, also es tut mir im Herzen ja richtig weh, aber ja, wer das sagt. Ja, du musst ihn sehen. Ich hab gedacht, Digga ist in Sport. Oha. Wenn man vom Zweifel spricht. Alter, lass uns mal drinnen, ne? Das hab ich mir irgendwie so ein bisschen gewöhnt. Ja. Wieso? Da ist ja irgendwie auch das Gefühl. Ich hab nichts gesagt. Ja, ich glaub, ich hab ein bisschen viel geschwitzt da in den Liga. Da hat keiner angeschrieben. Ja. Ach so. Und dann hab ich so gestoppt. Ja. Mach für dich jeder. Supermann-Pose. Würdig für dich so. Ich glaub, du bist mal, in der Stadt Dächer mal ein bisschen arbeiten. Wenn überall Folie läufelt. Dann bist du ja am Schwitzen. Ach. Nein. 1.600 Beton. Echt doch. Also. Ich könnte ja auch was sagen. Dann kann ich ja kurz die sind gegenrufen. Und die noch was sagen. Ich muss damit verliegen. Oder? Nein. Ich finde nicht, dass du gemuffelt hast. Oder weil die ist da. Wow. Das auch noch. Du kannst ja ein bisschen weiter da drin hier. So, ja. Wie du findest hier jetzt irgendwie noch nicht ab. Das ist krass genug. Also ich kann ja kurz sagen, was ich gemacht hab. Hier hinten ist jetzt die verstärkte Dings. Da könnte noch einer daneben. Was ist denn hier los? Von der Manufaktur. Hallo Manufaktur. GANG BANG. GANG BANG? Okay. Also. Von mir ist das erstmal weiter drin. So. Also wir haben auf jeden Fall einen Ersatz, man. Ja. Aber ist doch gut. Weißt du, vorher haben wir immer nur zu dritt gespielt. Von hat auch gut geklappt. Ne. Hat schon. Quatsch. Once in der Kommicken.